Hey, der Lift ist da! Uh, jetzt ist es spannend! Willkommen zurück! Ich hasse dich! Du hast mich! Einer wird jetzt sterben, meine Klinge in den Nacken! Das tut gut! Ich wollte schon mal doch anzünden! O.G.A.D.A.D.A.D.A.D.A.D.A. Wir bled ihn zuerst, wie ein Pädchen. Es scheint nur fair, dass er sich fühlt, was es so ist. Am Ende könnte er gar nicht breathieren. Megan hat seine Freundin allein geblieben, so dass ich sicher war, dass er noch lebend war, als sie zu kreieren begonnen hat. Er wird sowas von sterben. Je mehr wir schlafen, desto besser er hat. Schriek ihn die ganze Zeit. Du bist nicht wert. Okay, jetzt wird er sterben. Ich habe ihm jetzt noch die Chance gegeben. Oh Gott, Quicktime-Avance. Davon bin ich überhaupt nicht bereit. Okay, dann... Ach, weißt du was? Fick dich jetzt einfach. Ich habe dir die Chance gegeben. Okay. Let's see if you scream like it. Hups! Kicken! Summersalte! Aaaaaaah! Ich will den Zorn des Xs! Und die Kopfnuss und Sack! Hup! 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 ich glaube ich die haben doch abstand können aber sowas und scheiß egal er hat sich das nicht so feierabend schnauze voll mit dem er hat es nicht anders verdient magst du vielleicht auch du mich auch die gehen wir genauso auf den sack wie der andere typ alle vielleicht wie kann man eine armee und reclaime auf place in der north we can't even feed a handful of peasants our backs are at the wall again and this won't get better on its own no one has more fighting them than asher we can't even fight with those white hill bastards in our house we must be wary we can't do this we can't do this you're here look look at this did you see what this girl did she attacked my mum you brought to me i'll deal with her that's not for you to decide i would so gerne in die fresse schlache ey i saw him stealing from our kitchen and i told him to stop he laid his hands on me so i bit him bloody winch i was only doing what had to be done i warned you not to mistreat my men someone will have to answer for this and say du fixnaderisch do you hear me don't make this ugly thieves have to be punished so your man got what he deserved he's lucky he didn't get any worse than that so you've given over your duties to this girl then or can you not control your sister don't listen to him roger and if you can't rain her in yeah what about the rest of them it's about time she saw a real lord again and learned proper discipline you afraid of a young girl with all the armed soldiers you were what?! i'm not afraid i want order but this house is in a shambles the problem starts at the top rodrick watch your tongue boy you yourself had the goal to strike one of my men and that's the real problem with you foresters you're too fucking proud always have been it was bad enough when you were above us and now it's even worse because you don't see how far you've fallen still high enough to look down at you now here's a brave and wise girl a girl who knows how to speak the truth of things no a girl who should know her so now it's enough the bastard will die yes 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 now i'll have to put you in your place now i'll have to put you in your place ah you will learn some fucking humility oh this will be the last lesson i teach you foresters have you no honor i'll run you through for that i'll cut you down like straw men catch him roiland my bloody pleasure i hope i can i'll fucking kill you myself now yeah good it worked well now make him watch this i bet this makes you angry you probably want to get up and hit me but we know how that would go don't we now are you gonna be a good little forester learn your lesson and stay down Roderick I can't let him die I can't let him die I hope he will die anyway i said get down all the way down get up Roderick stay down my lord your brother defied Ramsey Snow he didn't know his place but we made damn sure he learned i'll probably have to teach Talia unless you're a good little forester you'll learn your place and stay down some forester is gonna learn their lesson today you don't have to do that Lord Griff will it be you will it be will it be her i'll stay down consider this even girl your brother learned the lesson for you you'd be wise to follow his lead as would all of you your lord is a smart man first in his line that understands now you need to understand you can be lord Roderick so long as we all know who holds or reigns here come on you've done the right thing my son you have to wait you have to wait I a true lord but we let them win and to the end and he's still alive it was a great big good of course the 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 Christopher Christopher the bow author the feels he is still acts rock Ich glaube, dass er das Haus regiert hat. Aber er hat seine Anwärmung gelegt. Also, er hat er das, was er wollte? Oder hat er du? Bei der Zeit, ich... Ich wollte, dass du ihn verletzt hast. Ich bin nur glücklich, dass du noch alive bist. Er denkt, er ist ein. Aber er und seine Mann haben jetzt geblieben. Und sie werden nicht bereit sein, wenn wir zurückkommen. Und wenn wir weitergehen, dann wird es anders sein. Was die Weidlitz alles uns angeschaut haben, die kommen nicht ungeschaut davon. Und jetzt weiß ich, dass das Kind von mir war. Ich bin bereit, zu verändern. Ich bin bereit, alles zu tun, um unsere Familie zu helfen. Ich meine es, Roderick. Ich bin nicht egal, was. Ich werde es tun. Ich bin auch. Der Vater sagte, wir Forrester sind so hart als die Ironwood. Wir sind. Alle von uns. Und ich bin sicher, dass die anderen auch tun werden, was es auch braucht. Was du getan hast, du hast einen Griff. Du hast deine Reise. Aber niemand kann die Zukunft wissen. Was, was morgen alles bringt, Talia. Forrester wird tot. Das Spiel an sich, mit seinen Entscheidungen, ist ja ziemlich... Es gibt keine leichten Entscheidungen. Gut, bei manchen schon, aber... Meistens ist halt wirklich, wo du denkst, ach du Scheiße. Was soll ich Dreck? Ich habe keine Ahnung. Äh, was war das nochmal für ein Brief? Scheiße, ich habe halt den auch... Komm, wenn wir eh schon da sind, ne? Den Erlass zu verbrennen. Ich weiß nicht, über welchen Erlass. Oh, eure Hohre. Noch eine Trophäe. Das geht aber richtig ab. Hi, ich bin Ash. Und du? Die Hüderin der Drachen. Das ist ja schön. Drache. Gut gesprochen? Ja? Nice. Ich sehe nichts. Oh, Rädchen. Das bedeutet immer, da kommt was. Ah, wir haben es komplett geschafft. Nächstes Mal bei Game of Thrones. Was hast du getan, Garret? Frostfinger ist auf deine Hände. Sag mir, Griths Tod war ein Verlust. Mirra, was hast du getan? Mirra, was hast du getan? Mirra, sag mir, was ist passiert? Was hast du von mir geholfen? Wir sind weich. Wir haben keine Alliaten. Und Grith ist der neue Lord von Ironwraith. Es war ein Räven von Lord Whitehill. Ich sehe schon. Good times are now. Ach du Scheiße. Ich hab doch jetzt schon keinen Bock auf die ganze Entscheidung. Ich will nicht. Ich sehe schon. Auch sie ist ein Vorbild. Schön. Du und 51% haben Beschke gerettet. Na gut, die Hälfte halt, ne? Ha! Ich bin in der Mehrheit. Yep. Du und 48,9% haben sich Maghreb wieder seltsen und mit Tyrion gesprochen. Minderheit. Du und 17,8% haben Britt den schnellen Tod ermöglicht. Immer wieder gern. Immer wieder gern. Du und 2 Drittel haben Griff Whitehill unterworfen. Ja. Ist halt so, ne? Weißt du was passiert? Wenn wir das jetzt nicht gemacht hätten. Du und knapp 30% haben die Eisenholzverordnung verbrannt. Ha! Das war das halt so. Ungünstig denke ich. Ha! 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 Na ja. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und. Ich darf mir erstmal was zusammenschustern um die nächste Season irgendwie zu überleben. Sie werden alle sterben. Ich sehe es doch jetzt schon kommen. Na ja. Ha! Ha! Na ja. Findet die.